Willkommen im Flammschlund. Flammschlund. Ja, wir zocken hier mal so ein kleines Röntchen mit ein paar anderen Leuten, die mir jetzt schon total leid tun dafür, dass sie uns ertragen müssen. Ja. Aber, ja. Hallo ihr Leute von heute. Cool, Oguroma ist schon level up. Schöne Quests hier. Ja, es wird schön viel EP geben. Wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg zu Adarok. Da gibt es nämlich ein bisschen was zu töten. Wie wir sehen haben wir eine Kriegerin, einen Magier, einen Hexenmeister und einen Priester. Könnte interessant werden. Ja, viele Caster, nur ein zusätzlicher Nahkämpfer. Ich bin außer Reichweite. Der Hund wollte weglaufen. Ich hab's gesehen. Ich mach gefühlt gar nicht mehr so viel Schaden. Ja, warum wohl? Die haben ja auch ein bisschen Leben. Hey, da kann ich was. Charge! Durch! Fertig! Ich hab' nur ein Tor aus 800 Leben. Ja, ich hab' leider noch keinen Donnerknall. Das macht das Ganze echt wieder ein bisschen doof. Mhm. Ich will nur Stun noch. Nee, ein Stun tut Donnerknall ja nicht, aber macht gut Aoe-Agro. Nee. Das ist immer ganz schön. Ach nee, sorry, da war ich gerade bei TFT und Rain of Cores. Donnerknall betäubt ja in dem Game. Weißt du, was ist meine? Bärkönig? Ja. Zum Beispiel. Ach, der am Heiler muss so'n Unterkappen-Gammelkrieger heilen hier. Geht ja gar nicht. So, was haben wir denn hier? Oh, ne Regen... Kettenhose. Gekauft. Da brauchst du ja eh eigentlich nicht, wa? Wegen Willenskraft. Das ist mir egal, da ist Kette, hat doppelt soviel Rüstung und Ausdauer. Hm. Den will ich's nehmen. Ja, ne? Hab ich auch getan. Aradarok. Hm, zack da. Auf geht's zu Aradarok. Schnell mal für Hexen aktiviert's. Ein Straight Colm, den kann ich gebrauchen. Dankeschön. Ich hätte auch gleich gewonnen. Ja, hat doch kein anderer drauf gewürfelt. So, hier, erster Boss Gegner. Blududum. Blululululm. Bin ich von hinten wie so'n Schurke. Ich hab' die... ...Kombo Punkte hochgehauen. Und ver-exaktiviert's Er macht einen Inferno-Ansturm Uiuiui Uiuiui Ganz schneller Er fällt jetzt schnell Und er ist tot Mal gucken was der Truppenwürz Ah genau das ich haben wollte Yes Bedarf, Bedarf, danke, bitte Danke, ein Dolch hab ich Ach fangt's an, der ist cool Dolch hab ich wenigstens Noch mit Schaden So noch mit dem großen Schlag Es ist ein Pip dann kriegst du hier viel besser Ja Hauen sich ja auch Ich bin schon fast mit einem Quest fertig Von wegen verderbte Insignien aufsammeln Niauuu Joa, das läuft ganz gut Als Signet fertig Bei mir auch Ja, hat zwei gedrobt Immerhin verstohlen halt Modus angreifen Mach's noch mehr Schaden 50% mehr Schaden Das ist doch eigentlich ganz schlecht Ne Außer du hast halt ne Gefrost Das ist halt ne Scheiße Froost So, hopp So, müssen wir jetzt nur noch den Oberdunklen Schamanen Oberdunklen Schamanen Korinatal Und hopp Ich weiß gar nicht mehr so wirklich wie die besser gehen Wunderbar Das dürfte hier ziemlich egal sein Hm So, Punkte 5 von 5 Zaxeln aktiviert Anker ist dann um 40% erhöht Für 36 Sekunden Schattensturm Lass ich mich raten Man sollte aus den Kreisen rausgehen Ja, das wäre nicht schlecht Ist doch immer das gleiche hier Mit diesen Weicheiern Ausdauer, Intelligenz Willensverfahren Ist Stoff Hast du so oder so kein Recht drauf Der Schorkel kriegt auf die Oma Na, hö Hö, nein, nein, nö Warum auch Warum auch So So, was haben wir denn? Mechalitz Und der ist der nächste Boss wieder hier Nagma Mhm Nagma, der Wurm Die sind so dicht Kann ich ja gar nicht anchargen Ist ja voll doof Ja, ist ja voll doof Das tut mir scheiße, ne Wenn du zu nah bist Ah, ich charge voll gerne an Ja, das glaub ich Das wissen wir So typisch rennen jede Gruppe rein Oh ja Na ja Mantel Da ist noch so'n Links Ja, müssen wir eh alle retten Wobei in der Endkamera haben wir eh Mehr als drei, die wir retten können Also müssen wir das eigentlich hier nicht machen Ach, schön viel zum Dings So, da kommt jetzt der nächste, letzte Boss Ne, der letzte gar nicht Der nächste, letzte Boss Netz Netz Ah, so Ja, dann Überleben wir dann ja 16.000 Ne, 10.000 Ne Wir hauen ihn einfach mal Eieieiei Bisschen unglücklich finde ich gestellt, aber passt schon Na ja, hat euch denn Ancharfen will ich den nicht Wo ist er hin? Da ist er So So Hopp Weee Ja, er ist gleich tot Ja Geschichte Das war er auch schon Na feuerung Was haben wir denn außer Intelligenz kritische Trefferwert Scheiß drauf Was ist denn Stavrober? Reicht doch Es ist doch schon die Begründung genug Brauche ich mir das Dings Der Priester Allgemein, alles was Stavdreck braucht das Was haben wir denn hier, ein Hammer? Was behalten? Der Dings Der Dings Heal hat sich wegen Der Wille aufgeregt Ich bin so von wegen nicht der Ernst Auf höherem Equip kann ich das natürlich irgendwo verstehen, aber jetzt ist das Ja aber Das ist ja richtig Als Priester Bross war es denn, ja? Ja, aber auf dem Level braucht man sich glaube ich nicht so darüber aufregen So, jetzt kommt der Boss Was der wohl zu essen kriegt, ne? Ja Dich, du darfst vorgehen Okay Das war schön gemacht, dass der von hinten kommt So, noch ein Schildschlag Der trifft nie Nicht so wirklich, ne? Mein Schildschlag trifft nicht, das ist richtig langweilig Ich stehe hier eigentlich nur rum Oh ne, das kann ich dauern No Kabloom Ein Zauberstab Leck mich Joa Da sind ja auch schon die Questgeber Abgeben, fertig Geht's 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 Stufe 6 zu Entrüstungszereichen Juhu Genesung Burg Schattenfang Ja, aber vor Burg Schattenfang gibt es eigentlich noch eine andere Ich hoffe, dass wir gleich in DM reinkommen Ah, muss an dem Die Gruppe weiter So, hopp So schnell kann das nicht gehen Und ja, wir kriegen Deathmine Wollen wir gleich zwei Raids in einer Aufnahme machen? Es sind und bleiben Innis und ja Sonst wären es nur 11 Minuten oder so Ist doch doof Ja Wir haben doch Zeit Ich sag mal, Raids Ja, Raids ist aber ab 10 Leute Feinschnitt 10.000 Töten Alles, was kommt Gul Botok Der Org, ne? Äh, der Orger Orger, genau Ich steh auf die Kanonen Warum muss ich nur tanken? Keine Ahnung Ah, ich hab zum Glück jetzt mal endlich die scheiß Genesung Wo ich vielleicht ganz die Stadt gewartet habe Ja, jetzt haben wir einen Heiler Hier, klau dir mal die Kanone Schieß mal Hehehe Oh ja Warte, ich pull mal ein paar mehr Bleib mal auf der Kanone So, schön weiterschießen Mach ich gerade Kanonen ist imber Nichts wirklich imber Nichts wirklich imber Später, wenn du Als es hier anfing Und auch recht schwer war Ne? Alles zusammen gepolt Kanone, bum bum bum, fertig Ich brauch keinen Heiler mehr Ich kann mich selber heilen Sagst du jetzt Was mit Oh, brauch ich Dankeschön Ja, der Erste, der Erste, der Erste Was in Todesminen Todesminen, ey, das ist schon so ein Flammenfäuste Der Herr der Elemente, oder? So gesehen Ja Ich bin ein Oga Ich bin ein Oga Grrrr Hier ist doch keine Macht Zu viel Macht Zu viel Macht Dungeon Quests erfüllt Fünf Dungeon Quests Außer Intelligenz Es droppt hier nur Stoff Das ist nicht deren Ernst Doch, doch Doch, doch Geht eigentlich mein Sarckel nach auf meine Team Kameraden Nein Wieso solltet das? Wieso solltet das? Sehr cool gewesen, ne? 40% mehr Attack Speed Für alle Da freuen wir diese Affen Die greifen ja auch noch an, ne? Ich weiß nicht, ob sie es nur hier tun Sind die da? Ich meine die greifen auch an Gehst du? Ne, der ist mal nicht da Ja Das ist doch doof Gut, wenn er nicht da ist Die Affen greifen mich auch an, sobald du befreit hast Naja, ich glaube, in HC ist es sogar so, dass sie dich angreifen Auch unter bestimmten Voraussetzungen Ey, ist ne Kette Kette, Hose, zwei Stärke, zwei wie wirklich Leute Äh, hat mehr Rüstung Ich würd's denn dem? Ja, hat mehr Rüstung So, dann haben wir hier noch Stoffhände Ja, ich krieg's ja immer nur Stoff irgendwie hier Ist nervig So, dann kommt gleich Helix, der Zerrexler Ja Helix, der Ritzelbrecher Mhm, soviel nochmal zu richtig gelesen Und ich sterbe gerade, ja, Healer, heil mich mal, danke Ne, tank den Mob nicht, greif mal meinen an GZ GZ Ich will ne extra Wurst nehmen, danke Ein Zauberstab, ey Das ist ein Himmel für Erden, für Zauberer und Drüden Ja Äh GZ Dankeschön Dimmel Dimmlicher Lakae Dimmlicher Lakae Ich wollt grad was Füßes sagen Hört sich einfach rein Heeh Boaah Kabamp Mitten ins Gesicht Ja, ich habe damit nichts zu tun Keiner weiß, was ich sage, ist okay Freude, man würde mir die Schuld geben Ach, warum soll man dir die Schuld geben? Ich hab's doch gesagt Das war letztes Mal auch so Inwiefern? Ah, ist egal Nee, sag mal, ich will mal wissen jetzt Dann seh ich dir gleich so So, dann musst du eigentlich jetzt noch zum Boss kommen, oder? Trampel und auf seinem Rücken sitzt er Ach, er hat mit seinen scheiß Granaten hier Auf wen hat denn er jetzt so gecharged? Oh, scheiß auf den Magier Ja, der mal liebend gern wegläuft Ach, das ist so nervig, wenn die immer rumlaufen Alter, wenn ihr so rumrennt Dann können wir den auch nicht töten Nee, ich kann hier sogar so nix töten Komm mal, voll viele Granaten, lauf mal rüber Geht doch Ein Schild für dich, das wär mal cool Ha Der Tank, der jetzt mal was aushält Nicht schlecht Man, ich will die immer unterbrechen Keine Ahnung Keine Ahnung Ich mein, bei hier hat er auch schon die Kuppel gemacht, der Priester Keine Ahnung Können wir mal austesten Ich seh halt hier andauernd immer wieder dieses heilige Feuer Keine Ahnung, ja Muss für HC gewesen sein Ein Stab, leck mich Jawohl, tausend Das ist dann nächstes Mal gegrittet Ach, jetzt kommt der, der Feinschnittert 5000 Ah, der ist lustig Ja, der ist cool Sieben, neun Wobei, hier hast du noch diese zwei Schredders, die du noch kriegen kannst, oder? Die behüter jemanden hier Wo du reinjumpen kannst Wer will denn reingehen? Keiner Geben die eigentlich diese Behüter, wenn wir die töten, auch Erfahrung? Ähm Keine Ahnung Ich hab grad nichts gelesen, aber von wegen Erfahrung Ne, geben sie nicht Sehr selten dämlich Ja, vielleicht sind die einfach schon in die Boss-EP mit eingerechnet, oder so Könnte auch sein Eher von einem Typen zum anderen Und da hinten ist auch schon der Häcksler Der Schnitter Ah Feinschnittert 5000 online Auwardrive Ach, der ist hier so langweilig Bisschen Luft-Action kann er auch machen, aber mehr auch nicht, ne? Geht doch Oh, schon wieder so'n Streitkopf Eher von einem Zweieränder Ich hab 999 Leben Nicht schlecht Ich hab Komma auf 862 Naja, aber ich find's lustig, dass ich 999 hab Müssen ausgeben Das sind die Kuppel Das sind die Kuppel, die meine ich Wenn der Heiler mich heilen würde, dann ja, dann schaff ich's sogar Ich dachte, du brauchst keine Heiler, du kannst dich selbst heilen Kann ich ja, aber nicht so heftig Ja, ich hab einfach zu wenig Fähigkeiten und zu wenig Wutaufbau noch So, was haben wir denn da? Leder-Ausdauer? Oh, scheiße, Schurke hier Schurke gegen Schurke, wer gewinnt? Der Krieger Nee, der wurde nicht aufgezählt Ich seh mich doch aber Ich gewinne I'm the last man standing You're the very last man Auf die Kanone, auf die Kanone Ja, willst du auch von oben den Schlüssel holen? Klar Oh, noch zu wenige Fähigkeiten Komm ja noch Manströser, Papagei Eeeh, toll Ei, ei, ei Polly, willst du einen Keks? Willst du einen Keks, Polly? Ne, Polly will keinen Keks Pop, oh, scheiße Gelt ein Papagei nicht als irgendwie Tier geschützt? Als Natur geschützt? Natur geschützt Ah, ich bin drunter Dein Name könnte Günther sein Günther Gitter Ne, eigentlich ist er im Muffen mit Günther Beinahe wäre ich aber auch runtergefallen gerade Scheiße, Bomben hier Auf Vanessa von Cleef Früher kam mir doch immer deine Typ runter Der war voll doll Früher Nimm mal einer, die Kanone Wird ja sonst langweilig Ich bin mal ein paar mehr Du weißt auch nicht, wo du hinschießt mit der Kanone, wahr? Klar Man kann die Kanone noch kaputt hauen, ne? Die geben auch Ruf Wirklich? Ja Cool Und er geht rauf Ich wollte sie eigentlich nur anvisieren, aber Verfehlt, ist klar Natürlich Mann, ich will die unterbrechen immer mit Pumper, aber ich hab das noch gar nicht Ja, dann mach's nicht Ja, aber ich hab das Gefühl, dass ich es schon hab Das ist doch mein Problem, verdammte Axt Ah, cool, das fehlt die Nost Ja Trotzdem die Akku gezogen, pah Ah, scheiße, das hatte wir Ich hab auch den anderen angegriffen Oh, wieder zwei Hände, ich dachte, das ist ein Einhänder Schade, das sah so kurz aus Ich hab auch die Schuhe nur Gier gemacht Bin ich ein bisschen krank? Ein bisschen Ich hab sie ja zu Glück auch bekommen, aber trotzdem Ja, wenn du schon Kette kriegst, dann musst du halt auch schon nehmen, ne? Mann, der springt weg und währenddessen klatsch ich mir ein Schild ins Gesicht Sondern kommt da wieder angelaufen Ein Schwert, das ist meins Wie ist es nicht meins? Ich hab extra gewartet und geguckt, ob da noch jemand anders nie drauf würfelt Weil kein anderer dürfte endlich nie drauf würfeln Und hätte jemand anders mit drauf gewürfelt, hätte ich auch mit drauf gewürfelt, um es dir zu geben Ist gemein, ne? Mhm Okay, ähm Dann Drei, zwei, eins, hier, Attacke Frischfleisch, dann kommt der Koch noch, ey Cookie Ja, Cookie Mann, er hat so dämlichen Namen im Deutschen Du Krümel Ich bin halt ein Krümel, tut mir leid Oh ja, Geister Verdammt Mach mir Angst in die Hose Und da ist er wieder Wobei ich sagen muss, walken ist ziemlich cool Oh, ich werde angeschrieben Du stehst wahrscheinlich auch auf leuchtende Wehrwölfe, oder? Na klar Und Pizzer Vampire So schlimm Wenn jetzt nicht, könnt ihr mir das Inventar schon zunehmen? Ja klar Aber irgendwie voll wird es ja auch nicht, ne? Mit den 86 Plätzen Das dauert ne ganze Weile Außer du machst halt alles Bedarf, ne? Dann kriegst du es eigentlich schnell voll Mann, ich hau hier 430 rein mit dem Schild Trotzdem noch leben Geht doch Ist ne Zweintags Ich baue nicht Alles was ich nicht brauche, mach ich passen So Da ist der Koch Cookie Cookie gegen Cookie Mal gucken wer gewinnt Ich glaub der Krieger, ne? Was irgendwie Ironie ist Warum ist ein Morlock der Käpt'n Obwohl dagegen Davor Gegen Ähm Werwolf gekämpft haben Warum? Cookie nicht der Käpt'n Weil Cookie schon länger dabei ist Todesmantel Hi, die bist du Feigling Der Rücken, nein Der Streitköln, ja Ich hab sogar ne neue Waffe Dann haben wir das noch und das noch Da hatten wir nen Gürtel drinne Mit End- und Ausdauer und Tempo Ist trotzdem besser Tja Dann können wir mal eben die Quests hier noch abgeben Habe ich schon gemacht Das tue ich gerade Und dann müssen wir aber leider einen kleinen Cut machen Leider Tja, ich würde sagen Wir sehen uns das nächste Mal Bis dahin Tschüss 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 Tja, tja